Herzlich willkommen zu einer Runde Overwatch Casual, weil wir haben Early Boy, der gerade noch im Tutorial war mit dabei, unter anderem auch Vex, Stardosh und Lick. Servus! Ich spiele heute auch einen ziemlich skilligen Charakter. Racer schon an uns vorbei, kommt bei dir, kommt gleich hinter dir. So ein paar Geschütze aufbauen, ha? Ja, richtig skill heute. Mach ein, um die Fokus in den King. Racer. War richtig gut von mir. Hinter mir ist einer, McCree ist am Geschütz, Leute. Ich hab keine Ahnung was ich machen soll, ich schiebe einfach. Du kannst mit linker Mausters da einfielen, wenn du länger gedrückt hältst. Mit Shift machst du dich unverwundbar und heilst dich. Und mit E sitzt du ne Wand, die halt alles blockt. Fuck! Wie lange muss ich warten, muss ich respawnen? Den oben rechts. Da, ich spiel mal weiter mit der. Bin wieder da! Und du bist ja froh! Ferra ist hier! Leute! Ah! Was müssen wir denn jetzt überhaupt machen? Partei, also dass die den Wagen nicht schieben. Ja, die müssen den schieben. Genau. Okay, ich hab mal ne Ulti. Ah, Tracer. Tracer 1&1 ist echt schwierig. Tracer 1&1 kannst du mit Shift töten. Wie oder? Tracer 1&1 kannst du mit Shift töten. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber die ist gerade gepauselt, als ich mein Shift geworfen hatte. Wow! Das war die unerfolgreichste Hunde, die ich jemals gemacht hab. Ich hab niemand gekillt. Jawoll! Easy weggemacht. Okay, probier mal was neues aus. Ich brauch Hilfe. Was macht meine Kuh? Wer bist du? Oh Gott! Siehst du Stunt. Ich bin Reinhardt. Äh, du stunst alle. Ja. Muss ich in einem Startbereich aufhalten, um Helden zu wechseln? Ich bin noch im Startbereich. Zünde ich mein Rad mit Linksklick? Jo, ich glaub ich spiel, ich spiel Tank. Achso, explodieren, ja. Was passiert bei Restklick? Nichts. Das hab ich auch für nie gemacht. Aber dann passiert hier nichts. Ja, aber die war auf einmal weg. Ja, dann hat die einen abgeschossen. Fight abgelaufen. Ganz kurz. Ah, jetzt ist ein... Fucking Cowboy-Jodoboy, ey. It's Harno! McCree. Oh, dass ihr das überlebt habt, du! Die Night. Naja. Es ist immer so schön Ultis zu den einen. Es gibt eigentlich nichts Schönes. So ist ein Farah. Hammer aus dem Weg, dadurch ein bisschen nach links. Danke. Ich beschütz dich. Ich glaub ich behalte mal den Champion, weil den können sie ja... die Harno, ja? Ja, schön Bescheid. Fuck! Wie ich da weggesnipet wurde. What? Hab ich, hab ich, hab ich. Motherfucker! What the hell? Von wo? Von rechts? Ich weiß auch nicht von wo. Okay. Oh, da ist jemand in meine Falle gelaufen. Das ist natürlich sehr schade. Ich bin jetzt ein Schaden und ich hab nicht von wo. Jetzt gibt es eine Abkühlung. Ah, jetzt hab ich die Ulti verstanden. Oh. Oh. Oben links aufs Dach. Jetzt da runtergeschrumpft. Noch wieder oben links. Oh, lecker. Okay. Ah, der Wagen fährt auch wieder zurück. Okay. 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 Okay, okay. Ach, leg мой Arsch. Guck! Gut. Verstanden, 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 verstanden. Achso. Rf hat gar keine Funktion oder was? In Ordnung. Kann die Tracer mal aufhören zu nerven? Ich glaube, ich packe das so mit Rf. Ich habe meine Ulti ready. Gestand! Und zwar irgendwie alle. Dann musst du danach den E reinschießen und dann... Sorry Lucio, aber irgendwie war keiner mehr da. Oh doch, die Tracer war da noch irgendwo bei denen. Oh, ist der Seen mitgenommen. Ach was, ich wurde aber währenddessen getötet. Die Penner. Grat on fire. McCree. Das ist eure gerechte Schwimmer. Das ist eure gerechte Schwimmer. Das ist eure gerechte Schwimmer. Alter, wie kann man denn da rechts an mir vorbei machen? Was? Ah, leck mir doch! Hat er mich geholt. Oh Gott, ich komme überhaupt nicht klar. Wo sehe ich denn, wie viele Kills die wir jetzt gemacht haben? Shift. Äh, Tab. Wo? Ich muss wieder zurück. Sie brauchen mich. Unten. Die Eliminierung. Ah. Ah. Da hast du wahrscheinlich eins oder zwei. Nope. Fünf. No, dodosh. Kann ich die Oracle sehen? Ne, ne? Du hast die Medaille. Kannst du aber abmachen, wie viele die über dir sind. Die Bronx ist Silber, Gold und gar keine. Erstmal Ulti-Waste, ne? Boah, ich hab die überhaupt wirklich gewastet. Wieso sind die nicht gestunnt, WTF? Jo, wieso? Okay. Oh. Genau. Oh, ho, 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 ho. Get rekt. Hat die kassiert. Alter, ne? Dieser andere Hansor. Musst du mal zeigen, dass er einfach scheiße ist in diesem Spiel. Oh, Tracer hinter mir. Er zeigt's mir selbst. Fuck this, aber... Meteor, ne? Die. Nein. Haupt, ich muss leben. Ich brauch mein Rad. Wenn ich mein Rad hab und... sterben. Oh! Wir müssen zusammenbleiben. Wir schaffen das! Zehn Sekunden. Jawoll! Bad! Wunderbar. GG! Ja. Ich hab mir überhaupt nichts verstanden bis jetzt. Einfach da drauf gehalten. Au. Genau. Oh, wow. Ich hab noch nie eine gehittet, ey. Wuh! Nein, 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 nein! Hier! Wie er da liegt und sich nicht wehren kann. Ja gut, ja gut. Aber ich hab noch nie eine Junkend Ulti gehittet, weil du halt so schnell down gehen kannst. EFISH. EFISH! Selbst mit dem scheiß Slalom, den ich hingelegt hab. Ok. Gold ist aber so super... Na ja, wie ein Lothbopfall. Wir spielen ja echt extrem selten, aber... Dorado geht der schon gut ab. Machen Sie sich bereit zum Angriffen. Ich glaube ich kann mich gleich noch machen so. Hallo ich glaube wir machen das was du eben angesprochen hast zusammen. Was? Wort gerade auch angeschrieben. Chiascobet? Mhm. Wie gesagt er will nicht mit dir arbeiten. Ihr dachten wir nehmen auf. PewDiePie hat ein Video gemacht zu Gambling Scheiß. Wer was? PewDiePie. Echt was? Hat er ein Video dazu gemacht? Ja ist das illegal. Ich gehe davon aus dass es darüber ist. Es sind Waffen zu sehen. Ha. Hahaha. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Keine Ahnung das würde PewDiePie nicht ähnlich sehen. Aber der macht in erster Zeit viele Dinge nicht ähnlich sehen. Hehehe. Angriff Phase beginnt in 30 Sekunden. Ja ich meine das sind im Endeffekt echte Waffen also. Ich glaube das ist halt auf jeden Fall Clickbait. Aber allein der Anfang von dem Video ist schon richtig gut was. Ja man der wird immer besser. Ja. Wie auf jeden Fall der jumpst du hast. Ich bin unch awa. Dieser murdersund bästchen da hinten ey. Es lag die Raiders in dem Spiel einfacher so klasse. Dっぺissä. Ja, mein Freund passiert ja schon echt krasser Shit Mother! Ich kümmere mich um die Fracht und bräuchte etwas Unterstützung Wieso geht der nicht drauf, der ist hinter euch die ganze Zeit Sehr nice, sehr nice Was müssen wir denn machen, das Ding einfach nur berühren? Daneben stehen, in der Nähe Ich glaube, die haben den Punkt jetzt schon aufgegeben, irgendwie Ja, der Bestchen steht da oben auf so einem Haus Warum hast du... Oh fuck, da rechts oben Oh... Nice Wer ist May? Oh, ich wollte dir das Leben retten Du hast mir den Kill versaut Da rechts, ah ok, da steht jetzt Ich bin mal live, Smoke Ich bin mal live, Smoke Hach, fuck Ich bin mal live, Smoke Ah, fuck! Oh, Mokta! Ja, der ist da. Ich konnte den Spot gar nicht. Wie ich kann am Spawn? Kannst du auch da unten? Sehr schön! Ich brauche einen Heiler, bitte. Ich brauche einen Heiler. Ich brauche einen Heiler. Der Einzige, der heiligen kann, wäre der Soldier mit der Granate. Das wird eine Stelle ohne, ja. Oh no! Okay. Aua, aber die Wand war einfach trotzdem. Hä, ich habe die Welt noch nie so weit... Wow, okay. Die Wand war leider echt trotzdem sick. Meine ganze Ulti, die Neid. Seine Wand! Oder meine. Boah, meine Ulti sind richtig on point, ey. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich bin gleich wieder bei euch. Zu meiner Zeit haben wir die Fracht längst abgeliefert. Nein! Nein! Die Zürgerlichkeit ist deine Schwäche. Oh, ho, 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 ho! Bisschen die Base gesnipet, ey. Es gibt gerade hier irgendwo ein Heal da. Perfekt. Haben wir jetzt schon gewonnen? Das geht jetzt so schnell. Mann! Moment, wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ja, wir haben sehr viel Zeit. Ey, Mann, diese Frostfotze, ne? Die Frostfotze. Warum halten wir? Diese Frostfotze sind ziemlich tot. Wenn ich mal greifen würde. Wir haben 2 Frostfotze, ne? Wir sind trotzdem alle ziemlich tot. Frostfötzchen. Wo ist die, dass ich hier eingefroren werde? Ich auch. Die kann mich nicht bewegen. Die Ulti. Kann sie auch irgendwo hinwerfen. Oh Gott. Ja! Das ist unser Weg. Jetzt geht uns alle Akten los. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Schönes Match. Gott sei Dank, ich dachte schlecht hat sie ihn bekommen, es wär peinlich geworden. Bestimmt für die letzte auch, wenn ich da nur einen Kill geh- nee, erstmal. Lol, die, obwohl die denied wurde eigentlich, weil ich fang an und dann kam die Wand. Das war die Wand vom Gegner aber. Na, das war die Wand vom Gegner, jaja, hab's ja gesagt. Alles gut, alles gut. Jawoll! Sehr schön. So, falls das Video bei Early Online kommt, lass gerne ein Like da. Schau mal einfach rein. Ja, als das Video Online kommt. Abonnerem! Tschüss!